hallo ist der martin von money monkeys das ist die daxanalyse für nun diesag den 20.02.2024 und unser dax hat sich am montag ein bisschen festgefahren wahrscheinlich auch feiertags bedingt oder nicht wahrscheinlich wird auch der hauptgrund gewesen sein wir hatten uns gestern darüber unterhalten was jetzt weiterhin vom dax zu erwarten ist hatten insbesondere auch über diese passion gesprochen die dann hier auch im bereich 1735 17 zählen diese ganzen hoch auch 1750 ja wo er schon dran war diese ganzen hoch dass die jetzt von oben kommt natürlich auch als widerstand angesehen werden oder vielmehr als unterstützung angesehen werden müssen das heißt wenn der dax von oben drauf kommt dass er dann wieder support findet um sich weiter nach oben aufzudrehen und hatten gesagt dass er deswegen das vielleicht ein bisschen abfedern kann gar nicht so tief kommen kann ansonsten wären noch die 960 940 eine wichtige anlaufstelle gewesen und sogar auch die 830 was aus tagesschart so ein bisschen aus tagesschart heraus so ein bisschen als zielstation aussah gesehen haben letztendlich gar nicht viel außer dass noch mal ein neues tief kam hat mir gesagt dass die tagskerze das ein bisschen einleitet dass weitere tiefs hier eingeplant werden müssen das haben wir gesehen und die tagskerze die hier kam spricht nun erstmal nicht für eine absolut krasse trendprozess also die nimmt der vorherigen voll die fahrt raus auch wenn das jetzt natürlich feiertag ist könnte der ein oder andere sagen naja sollte man mit vorsicht werden aber es war trotzdem handel ja die europäer hätten durchaus das zeug gehabt jetzt auf fette verkaufsknöpfe zu drücken haben sie aber nicht getan deswegen würde ich zum dienstag definitiv auch auf der oberseite wieder ein bisschen hellhöriger werden das heißt drehte uns über die 117 117 1 20 haben ja eigentlich auch gestern schon gesagt bleibt damit unverändert würde er sich dann weiterhin auch dass den spielraum wieder nach oben eröffnen wir hätten hier nur 17 160 dann die 17 200 dann die 17 250 denke das wären so die drei ziele auf dem weg nach oben wenn er denn die 120 100 also die 17.000 1 17.020 ist ja eine zone wenn er die überwunden bekommt sollte die nicht überwunden bekommt sich direkt nach unten wegdrehen schwach einstarten wird das noch eine verlängerung gehen dass wir die 1735 17.010 dann noch ein bisschen austesten also diese ganzen hoch sie einfach von oben anstechen vielleicht dreht er sich dann dort wieder hoch dann würde ich eine politische verkeilung entstehen aber das können ein bisschen ausgiebiger sein und ansonsten bleibt es dabei bringt er mehr druck rein fremst du eben nicht auf 17 35 17 10 aus wäre es dann 16 9 60 16 9 40 und im extrem sogar 16 8 30 aber dafür muss dann halt auch schon ein bisschen stress aufkommen okay und da machen wir es nicht länger als es ist ist ja im grunde gleich ausgangslage wie am vortag wünsche ich euch viel erfolg am dienstag gutes gelingen und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss